Kennt ihr schon das grausige Ritual in Sims 4? Mit dem Pack Paranormale Phänomene müsst ihr die Kristallkugel und den Wahrsagertisch kaufen und dann könnt ihr mit der Mediumsstufe 4 das grausige Ritual wagen. Und normalerweise wird euer Sim zu einem Geist, aber keine Sorge, nur für eine bestimmte Zeit. Es sind so vier Stunden und dann wird das Sim wieder normal. Allerdings könnte das Ritual auch ein bisschen schief gehen und dann wird euer Sim zu einem Skelett, also quasi die Bonehilda-Version. Ich finde das super witzig und vor allem damit auch ein bisschen Schaberdack zu treiben.